Ich habe heute Morgen gelesen, da gibt es wirklich in Norwegen ein Spieler, der hat in der E-Jugend beim 22 zu 0 21 Tore geschossen. Haaland, der Haaland hieß das. Vielleicht sollte man sich den Namen merken, ich weiß es nicht. Jetzt spinn doch nicht rum, jetzt kommen doch nicht mit E-Jugendspielern um die Ecke. Ich habe es auch nur zufällig gelesen.